Ja, servus. Der Gang ist immer leise an. War höchste Zeit, bevor mein Nervenkostüm zusammenbricht. Allerdings, was ich da wieder angetroffen habe, da haut es mir einen Vogel raus. Batterien sind beide kaputt. Brauche ich neue. Aber es kommen ja jetzt die Lithiumbatterien rein. Und naja, kein Ofen ist nicht gegangen, keine Kühlung ist nicht gegangen, kein bisschen Licht ist gegangen. Also gestern bloß mit der Taschenlampen geschlafen, kann es narrisch werden. Wie ihr seht, so schaut das Dach aus. Das Dach, an dem ich jetzt gerade lehne. So schaut mein ganzes Schiff aus. Weil rund rüber sind wir in meinem großen Dschungel. Drum ist das ganze Schiff grün. Wenn ich mich dahin putzen muss, wäre ich verrückt.